Hallo ihr Lieben, Moment, ich setze mich erstmal hier hin, neben meine Frau. Wo ein bisschen windig ist es wieder. Hallo ihr Lieben aus Mallorca, ja ein bisschen windig ist es heute, wir dachten es wäre wärmer, aber es ist doch noch ein bisschen windig. Ja, es ist halt auch, ja zwar Frühlingsanfang gewesen, aber in den Räumen bei uns ist es noch kühl. Aber wir erzählen euch gleich noch ein bisschen was dazu, wir sitzen jetzt hier gerade an der Strandpromenade in... Porteis Naus. Nein, Palma Nova. Palma Nova? Palma Nova. Stimmt. Also hinter Porteis Naus, wir sind an Porteis Naus vorbeigefahren. Wir sind so selten hier da. Und sitzen jetzt in Palma Nova. Und ja, wollten euch halt mal wieder, wie immer, ein Video machen. Ein bisschen mitnehmen, mal gucken was hier passiert und wir haben jetzt noch März. Wir haben noch März und haben Feierabend, wir kommen jetzt abends hierher und jetzt geht's los mit euch. Gucken wir mal was noch da ist, bis dann. So, hier hinten sind wir eigentlich so ziemlich am Anfang von Palma Nova. Da hinten ist auch ein Hafen, aber das sind nicht Porteis, das ist der Hafen von Palma Nova. Und ganz da hinten ist dann Magaluf. Ganz, 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 ganz da hinten ist dann Magaluf. Und ja, wir haben es gerade gesagt, es ist abends dann doch noch Winter. Aber Winter ist nicht natürlich nicht. Ja, also herbstlich für den Wind noch. Für uns ist es noch herbstlich. Wir hatten jetzt tagsüber so, ich weiß nicht, 22 Grad, 23 Grad. Aber es ist natürlich die Zeit aktuell. Auch wenn wir mit dem Motorrad unterwegs sind, sagt man immer, sobald es irgendwie in Schatten geht, dann braucht man sofort ein oder zwei Jäckchen. Ja, noch so ein bisschen Zwiebelprinzip. Genau, hier Palma Nova ist noch ein bisschen im Winterschlaf. Wann waren wir denn hier das letzte Mal? Letztes Mal waren wir hier während der blöden Zeit, wo hier keine Touristen waren, wo hier alles zu war. Da waren wir, glaube ich, das letzte Mal in Palma Nova und sind auch hier entlang gelaufen. Hier werden auch schon die Sonnenschirme aufgebaut. Auch so dicht, wie wir das letzte Mal gesehen haben in Pagera. Ja, gefühlt so dicht. Ich weiß aber nicht, ob es schon immer so dicht war. Wir liegen ja nicht unter den Sonnenschirmen. Ich kann es gar nicht sagen. Schauen wir mal, wer die da sind. Auf jeden Fall das letzte Mal waren wir während der komischen Zeit mit See hier. Da sind wir mal entlang gelaufen. Da gab es nämlich zum Beispiel natürlich definitiv gar keine Sonnenschirme. Weil da war es nicht aufgebaut. Und da waren wir aber hier auch und haben, glaube ich, hier was gegessen und getrunken. Das hatte offen damals, wo wir hier spazieren gegangen sind. Ja, das hatte offen. Das saß man, genau. Und hier, glaube ich, aber alles sonst schon auf. Sieht schon am Restaurant, glaube ich, offen. Aber man sieht noch, es ist schwierig zu sagen, war ja auch vorne die Pizzeria. Die sah auch zu aus. Meinst du, dass die Restaurants hier noch zu haben? Ich weiß es nicht. Also es hat natürlich hier, guck mal hier, Sunset Bar hat zu. Ja, aber wir haben jetzt erst 18.30 Uhr. Food hat zu. Wir haben erst 18.30 Uhr. Dann sein, dass die um 19.00 Uhr erst aufmachen. Da hinten die Pizzeria hat er noch zu. Auf jeden Fall stehen überall schon die Möbel draußen. Ja. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, denke ich. Du hast recht, die machen erst später auf, weil sie erst abends Geschäft machen. Relativ früh sind. Aber normalerweise hier in der ersten Linie haben sie doch eigentlich immer schon früher offen. Oder den ganzen Tag. Oder sie bereiten es schon einfach vor und machen dann abrupt am 1.4., wie wir häufig vermuten. Am 1.4. geht es dann plötzlich los. Mit den Angestellten geht es dann voll los. Und dass sie dann am 1. April, Anfang April aufmachen. Das könnte ich mir nach wie vor gut vorstellen. Ja, genau. Genau, hier am Kant Plank. Da saßen wir. Da saßen wir das letzte Mal. Auf dem Trinken und einen kleinen Snacki. Ist das nicht dasselbe Name oder dasselbe wie bei uns in Palma? Haben wir nicht auch einen Kant Plank, wenn ich immer hinten früher gepaucht habe? Ich glaube, das gehört zum selben. Ich glaube, das ist auch Kant Plank. Ich glaube, das gehört auch zum selben. Ich glaube auch. Da machen wir ja. Ich glaube, schon länger her, dann auch zwei Jahre schon her, wo wir hier waren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da sitzen jetzt einige. Da sitzen jetzt einige. Sonamar, oder ist da? Da haben wir auch schon lange her. Auch da waren wir schon jahrelang. Sollten wir dieses Jahr vielleicht mal machen. Sonamar. Am Samstagabend. Genau, Sonamar ist so ein Cabaret. So eine Cabaret Show, Revue Show. War ich früher als Neckarmann-Reiseleiter eigentlich fast wöchentlich. Wir haben damals, ich war nicht wöchentlich dort, aber wir haben damals die Bustouren ins Sonamar verkauft. Und sehr erfolgreich damals. So eine Revue Show mit Musik, mit Zauberei. Damals sogar auch noch waren Tiere dabei. Das wusste ich jetzt letztes Mal nicht. War noch nie Tiere dabei? Nein. Vielleicht mal beim Zauberer irgendwie eine Taube oder irgendwie. Aber Tiere waren noch nie dabei. Also Magie auf jeden Fall. Magie war dabei. Und du hattest immer mehrere Optionen wegen Essensmöglichkeiten. Du hattest mehrere Preissegmente. Mehrere Preissegmente. Gab es Spanferkel da? Spanferkel, Hühnchen. Mike Pidone war der Sänger. Ah ja, Gott, ja. Der hatte damit auch noch ein paar aufgemacht auf Mallorca. Der mich immer angesprochen hat als mein Bruder, weil er dieselbe Frisur hat wie ich. Beziehungsweise dieselbe Nicht-Frisur. Und ja, er hat dann was Ereignis gemacht. Von dem hört man aber gar nichts mehr. Nein. Damals waren dann noch diese schwarzen Sänger, diese Drifters. Drifters, die waren toll. Ja, die waren toll. Die waren richtig toll die Jungs. Also richtig gut. Entschuldigung. Ich hätte sagen, ein bisschen farbige, glaube ich. Aber egal. Also ich sage, positiv. Tolle Jungs gewesen. Tolle Jungs, ja. Ja, absolut. Wo dann leider einer, glaube ich, mal einen Unfall hatte. Dann haben die sich ein bisschen zerschlagen. Also ging es dann da doch ein bisschen auseinander. Und wie gesagt, Sonamar waren wir dann schon ewig lange nicht mehr. Das ist wirklich, wo wir ein paar Mal lebten auf jeden Fall. Sind wir, glaube ich, einmal reingegangen mit jemandem. Ob das Familie war, mit Freunden, weiß ich auch nicht mehr. Aber das ist bestimmt schon acht Jahre her. Und die machten ja jetzt auch im Winter einen Weihnachtsmarkt dort oder Weihnachtsveranstaltungen. Ja, richtig. Machen viel mehr Events. Gehört jetzt ja einer Engländerin. Das war ja jedenfalls der letzte Stand. Ja. Und wir haben gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall mal am Samstagabend. Einfach mal wieder hingehen. Um sich einfach auch wieder eine Meinung bilden zu können. Ja, ja. Guck mal, hier sieht man es wieder aufweisen. Da war das letzte Mal alles zu. Ja, die machen aber gerade erst. Ja, ja, die machen aber jetzt auch gerade erst. Ich sage ja, ich vermute mal, dass es massiv am 1. April dann wahrscheinlich losgeht. Hier ist schönes Meer rauschen, ne? Ja. Absolut. Ein schöner kleiner Strand hier vorne, ne? Wäre dann so unser Bereich, sage ich mal. Ein kleiner Strand für die kleine Sandra. Wo wir ganz allein hingehen können. Ach, guck mal, der Vogel allein da auf seinem Steinchen. Hm, wo? Da. Ah ja. Siehst du? Ach ja, da unten. Ganz allein auf seinem Steinchen. Und wartet auf Fischchen. Den Vogel. Bekomme ich den jetzt hier rangezumt? Da sitzt er und wartet auf einen Fisch. Den kriegt er bestimmt auch, weil der ist ja nicht doof. Wartet jetzt auf Abendessen. Guck mal, jetzt geht er rein. Der findet bestimmt nachher was. Bestimmt. Du musst einfach auch mal noch mal für die liebenden Menschen da dieses Gebirge zeigen. Wie schön es von hier aus sichtbar ist. Das vergisst man auch immer. Du siehst direkt das Gebirge von hier aus. Wunderschön. Aber wir sollten diese mal wirklich, dieses Jahr wirklich mal schaffen, in so einer Marke zu gehen. Das ist eigentlich auch ein schöner kleiner Strand. Ja. Wir sind, wenn wir ehrlich sind, ja immer eigentlich viel zu wenig am Strand. Viel zu selten, weil wir immer arbeiten. Aber wir genießen es dann eher mal in der ruhigen Zeit. Ja. Aber da kann man sich ja nicht so an den Strand legen. Da ist es natürlich so kühl. Meine Schuhe quietschen. Dann merkt man oder hören die Leute wenigstens, dass du dich auch bewegst. Und nicht mit dem Motorrad fährst. Na hier oben mit dem Motorrad. Im letzten Mal bist du mit dem Motorrad, glaube ich, gefahren. Da bin ich am... Ja, da habe ich mal kurz gezeigt, wie es am... Da, wo wir gerade durchgefahren sind, wie es an der Baustelle von Paseo aussieht. Ja. Was ja dir gerade... Was du ja gerade das erste Mal mit mir gefahren bist. Ja, genau. Wo ich ja sagte, es sieht eigentlich schon ganz schön aus, wenn auf der Meer... Seite keine Autos parken. Hat sich schon viel auch getan. Das hat schon was. Ja. Das muss man schon sagen. Also... Na ja, man muss immer abwarten, bis die Sachen fertig sind, um sie dann beurteilen zu können. Absolut. Aber es hat sich schon viel, viel getan. Ja, absolut. Ich war da wirklich jahrelang nicht mehr. Nee. Ja, weil wir auch gar nicht mehr von der Ecke kommen, weil ich es doch nicht mehr parke. Und weil wir nicht immer von der anderen Ecke, von der Kathedrale aus reinfahren. Guck mal, wie wunderschön das eigentlich ist, wenn das jetzt wärmer wäre. Boah, dann nimmst du dir dennächst mal ein Weinchen mit. Und das nächste Mal, guck mal ein Schloss mitnehmen. Hier werden dann die Liebeschlösser angebracht. Ja, noch sind es wenige. Noch sind es wenige. Aber hier hast du, romantisch hast du es doch hier. Also jetzt fünf Grad mehr und windstill würden wir da jetzt auf der Treppe sitzen. Ja. Und ein bisschen was essen und trinken. Hier auf der Treppe sitzen. Na toll. Schön was zum Trinken mitbringen. Ist das nicht schön? Schön Tonic mitbringen. Oder Kanonetta-Tonic mitbringen. Das machen wir nächstes Mal auch nochmal. Den müssen wir nochmal drehen, unseren Kanonetta. Ja, wir zeigen euch das nächste Mal einen leckeren Aperitivo. Neuen Aperitivo. Das machen wir mal als Einzelproduktvideo. Ja. Mit einem richtig geilen neuen Tonic, das wir haben. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Darum wisst ihr ja folgen, dass ihr dann auch die Infos bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Ja, genau. Aber ein Traum hier. Guck mal, da hinten liegen aber schon wieder viele Yachten da. Viele Schiffe. Und die sind ja eigentlich alle hier nicht im Hafen. Die liegen ja hier nicht da vorange, oder? Die sind alle dann gerade wieder hier. Angekommen. Um die Insel unterwegs. Das da hinten ist auch so ein Riesen. Den guck mal. Das Blaue. Oh ja. Du kriegst das ran gesungen. Ich schaue gerade mal, ob ich es ran gezogen bekomme. Das ist ja ganz schön weit weg. Man sieht es da hinten ein bisschen, ja. Großes Teil. Und links, guck mal, ganz witzig, das mit dem Braun. Da denkst du gar nicht, dass es ein Schiff ist. Könnte auch Felsen im Wasser sein. Oder ist es da, nee, das ist, nein, jetzt sehe ich es erst. Das sind die Segel von dem. Das sind die Segel, ja. Guck mal, ich dachte, dahinter wäre noch eine Yacht. Auch ganz viele neue Farben. Guck mal hier, wenn ihr mal hier herkommt und ein Instagram-Foto machen wollt, hier ist glaube ich so eine Instagram-Ecke irgendwie. Ja, genau. Da ist ein schöneres Steg raus. Auf einer Treppe. Und hier wird es gleich wärmer. Ja, jetzt hast du die Sonne von vorne. Ja. Und Sonne von vorne heißt gleich wärmer. Das war das Hotel, wo wir damals auch waren, das zu war natürlich. Das war damals zu, ja, klar. Das war damals alles zu. Alles zu. Alles zu. Ja. Ja, aber es ist immer noch ruhig. Und da ist ein, guck mal, ein Kätzchen. Eine Maut, die dir das gut geht. Die fühlt sich wohl. Die fühlt sich wohl. Ja. Ah, da wohnen Leute. Guck mal, die fühlt sich richtig wohl. Sie ist da. Guck mal da. Der geht's gut. Ja, hallo. Der geht's gut. Der geht's mal richtig gut. Jetzt bin mal gespannt. Das ist aber auch noch. Wenn man die Katze sieht dann. Gleich ist die Katze weg. Ach so, mit dem Hundi? Ja. Ja, das kann's sein. Oder auch nicht. Das ist aber immer noch auch der Strand von Palmanova. Ja. Und dann, dahinter kommt dann irgendwann Magaluf. Genau, mit dem Niki Beach und so weiter und so fort, glaube ich. Ja, Niki Beach. Das andere ist Wave House, wo dann auch so eine künstliche Surfwelle aufgebaut ist. Wenn's das noch gibt. Wenn's das noch gibt. Das ist auch alles nicht mehr nach dem See gesehen. Aber da geh ich davon aus. Ja. Ich glaube, in Magaluf war auch dieses Hotel mit diesem Pool da oben. Ja, ja, ja. Der freistähende Pool, wo man praktisch ins Hotel unter dem Pool reinlaufen kann. Wir waren doch da oben mal drauf und haben einen Trink genommen. Wir waren mal, stimmt, wir waren mal oben drauf, richtig. Und haben einen Trink genommen. Das kann Ibero gewesen sein. Guck mal, aber hier ist es auch noch statt. Hier ist Hotel Tropic. Wir haben zu, ja. Tropico. Ja. Cocktails ist alles noch zu. Da sieht's aber auch noch nicht nach Saison am 1.4. aus. Nee. Da sieht's doch eher nach Saison ab 1.5. aus im Moment. Ja, hier ist es relativ auch noch ruhiger, ja. Ja, und auch viele Läden noch zu. Wir haben ja heute mitten unter der Woche. Also das heißt, um die Zeit haben wir normalerweise die Läden da noch nicht zu. Aber das ist schon noch Winterschlaf. Ja. Ja, ehrlich, die Saison ist hier dann doch noch kurzer zum Beispiel hier in Palma Nova als jetzt an der Playa de Palma zum Beispiel. Ja. Playa de Palma hast du dann doch schon. Eigentlich fast zehn Monate, glaube ich, in Arenal. Playa de Palma hast du relativ viel, kann man sagen, wie bei uns in Palma. Ja. So zehn Monate vielleicht. Ja, ja. Vielleicht auch nur neun. Aber mehr leben wie hier jetzt. Aber auf jeden Fall immer mehr ist das so als jetzt hier in Palma Nova. Kalemio, unsere alte Heimat, ist ja auch relativ kurz geworden. Mhm. Ich glaube, damals, wo wir vor wie vielen Jahren kamen wir hierher? Frauen wissen es immer besser. 99. 99. 99, also vor 23, 24 Jahren. Damals noch als Neckarmann, ein bisschen später dann als Neckarmann-Reiseleiter. Am Anfang habe ich ja an der Diskothek an der Türe angefangen. Das war dein erster Job. Das war mein erster Job. Den du, glaube ich, auch in der Saison gemacht hast. Naja, länger sogar. Länger? Ich war ja im Magic, ich war im Q, dann nochmal, also es war schon länger. Und ja, aber damals war die Saison so gefühlt von uns bestimmt noch neun Monate in Kalamio. Ja. Weil dann auch im Winter viele Langzeiturlauber nach Sarcoma kamen. Ja, wie lange hattest du denn damals frei als Neckarmann-Gier? Drei Monate. Ja, drei Monate. Drei Monate. Ich hatte damals neun Monate Saison und hatte drei Monate Winterpause. Und da muss man sagen, damals war immer ein Gespräch, dass die Saison verlängert werden soll. Mhm. Und sie ist eigentlich da drüben eher kurzer geworden. Kurzer geworden, ja. Heute hast du noch eine Saison, weiß ich nicht, von sechs, sieben Monaten irgendwie. Ja. Also mehr geworden ist es nicht wirklich. Genau, und da ist der eine Beachlook, den wir auch angeguckt hatten. Aber wir waren auch schon mal hier, wo der richtig voll war. Der war... Im Sommer? Vor und wie viel waren? Ja, der war während C in Anführungsstrichen, wo wir hier waren. War der offen, oder? Da war der offen, da war doch hier schon wieder alles auf, aber es waren noch nicht so viele Touristen da, weil wir ständig Hochrisikogebiet und was weiß ich was. alles waren. Ja. Und da war der richtig brechend voll. Da war der richtig brechend voll. Ja. Hier gibt es halt auch direkt noch ein paar Eisdielen mehrere. Und Restaurants, Cafés, Kneipen direkt in der ersten Linie. Ich denke, als Urlauber kann man sich in dem Ort auch ganz wohl fühlen. An der ersten Linie vorne. Ich weiß gar nicht, wie so das Touristenklientel in Palmanova ist. In Magaluf ist es ja sehr englisch. Ich glaube, hier auch. Hier auch schon. Ja. Palmanova auch sehr viel englisch. Ja, 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 glaube ich. Also klar, jetzt hast du natürlich die Einheimischen, die abends sind zu. Ja, das ist klar. Das ist klar. Deshalb hörst du jetzt relativ viel Spanisch gerade. Das ist klar. Ja. Aber hier ist es auch englisch. Ich glaube auch viel, viel englisch, ja. Okay. Ja. War ja zum Beispiel Ostküste früher. Calamio war eher deutsch. Ja. Nächst dort Calabona war eher englisch. Ja, richtig. Guck mal, wir sollten heute hier an den Beachclub gehen. Hier am Strand. Time for lunch. Heute ist wirklich hier. Und Platz for lunch. Genau. Ja. Weil das letzte Mal war hier kein Platz zu bekommen. Das sind sogar die WCs hier. Ja. Natürlich auch nicht schlecht. Und erste Hilfe sogar als kleines Büdchen. Das finde ich auch ganz toll. Finde ich gut. Weil hier sind ja doch einige auch Hotels. Lifeguards habe ich gerade den Namen gesucht für die Lifeguards. Finde ich aber auch gut, dass du sowas hier installiert hast. Und das war auch komplett dicht. Das war komplett leer. Das ist aber immer noch nicht irgendwie offen. Nein, das ist immer noch komplett im Umbau. Da sind irgendwelche Stühle ganz oben. Nein, da ist auch gar nichts. Es ist alles leer. Ja. Ganz oben sind Stühle drauf. Wie es vor ein paar Jahren auch war. Ja. Aber unten siehst du, es ist alles rausgerissen. Das war Melia. Guck mal. Das war Melia. Das war Melia. Aber es war jetzt zwei, drei Jahre leer. Da ist nichts passiert seither. Null. Wenn du dir ein Video anschauen. Ja. Weil es sind einfach noch Sachen rausgerissen worden. Ja. In Zeit bei Melia. Die richtige Ruine. Die allerbeste Lage. Richtige Ruine. Ja. Das Schönste, was hier ist, sind die Palmen. Ja. Die Palmen, die sind am schönsten. Wahnsinn in der ersten Linie, so ein Hotel. Und das sieht halt auch aktuell nicht aus, als ob gebaut wird. Glaube ich nicht. Das passiert gar nichts. Das sieht eher so aus, als ob es leer steht und immer irgendwo Stillstand. Aber gut, man kann es nicht täuschen. Vielleicht wird auch gebaut. Ja, müsste man das noch machen, wenn die Saison anfängt. Weil das sieht auch nicht aus wie auf. Nee. Da ziehst du vorne auch das ganze Laub und so weiter. Ist auf jeden Fall ein Grundfeld in der Saison nochmal herzukommen. Ja, wie es dann aussieht. In der Saison so zu schauen, wie es dann aussieht. Ich glaube auch, dass das jetzt fast zu unserem letzten Spaziergang wird, der noch so ruhig ist. Weil beim nächsten Spaziergang ist bestimmt schon April. Ja, und dann fängt es bestimmt schon wieder langsam richtig an. Ja. Das hier sieht auch wieder nett aus. Da gehen sie dann auch hin, sobald es nett aussieht. Ja, genau. Sieht auch nett aus. Sieht wirklich nett aus. Heißt Barbuda Beach Bar & Grill. Ja. Und sieht wirklich nett aus. Ja, haben sie ein bisschen Mühe gegeben. Haben auch jetzt schon ein bisschen was drin stehen zum Heizen, dass es nicht zu kalt wird. Ja. Also du könntest schon dein Geschäft machen. Ja. Also hier ist schon eine. Ich glaube, hier ist ein Saison ein gutes Geschäft zu machen. Für die Restaurants. Restaurants gegessen, getrunken wird immer. Ja. Und ja, ich glaube mal, wir gehen noch irgendwie hier um dieses Hotel. Um die Ecke. Feierabend Snacki. Feierabend Snacki. Guck mal, war schön. Guck mal, war schön. Ein bisschen schief der Haubitz. Echt schön hinsitzen. Mein Gimbel ist ein bisschen falsch eingestellt. Ja. Kriege ich in den letzten paar Meter noch besser hin. Moment. Das ist ein bisschen in die andere Richtung schief. Das ist ein bisschen gerade. Aber schön ist hier, fällt dir auch auf. Die haben die Duschen hier. Ja. Ja. Du hast viel Sitzmöglichkeit hier. Ja, Kalver macht das ja viel. Du hast Toiletten hier. Da merkst du halt schon, dass Kalver eine reiche Gemeinde ist. War es nicht die reichste oder zweitreiche Gemeinde Spaniens? Ich habe immer im Ohr die reichste Spaniens. Also eine der reichsten Regionen Spaniens. Ja. Da wird schon einiges gemacht. Ja. Hier hinten ist dann so eine Nebenstraße, die gehen wir nicht. Die ist nicht so schön. Da sind zwar noch ein paar Lokalitäten, aber hier vorne am Strand ist es doch schöner. Am Strand am Meer. Erste Linie. Aber wie klar auch das versetzt worden ist. Und schön. Hier die Pinien. Sehr schön, ja. Von unserem Mestralchen. Mestral, richtig. Ja. Wie schön sauber, ne? Ja. Da unten ganz klares Wasser. Wobei es gab schon mal klares Wasser. Aber es ist schon sehr klar. Ja. Heute ist auch vielleicht der Wind. Ja. Vielleicht etwas ein bisschen windiger als sonst. Guck mal, was haben die hier für einen mega Blick, wenn die hier sind. Mega. Ja. Ja, wahrscheinlich Frühstücksraum vom Hotel. Toll. Super schön. Wenn du im Hotel hast. Ja. Besseres kann es dir gar nicht passieren. Ja. Ja. So schön zu sitzen. Ja. Vorne in der ersten Linie. Ja. Aber es sieht immer noch aus, als ob das auch zu hätte. Das sieht noch zu aus im Moment. Das sieht aus, als ob da noch nichts ist irgendwie. Ja. 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 Aber an was denn denken? Wie viele Leute passen da rein? Ja. Aber was da wieder so gemacht ist, bisschen die Bauweise in der Art und Weise ist so, dass glaube ich, jedes Zimmer irgendwie mehr Blick hat. die Balkone sind immer so ein bisschen über Eck gebaut. Ja. Kann sein. Das ist nur die Richtung ist erst. See Line. Das kann sein. Ja. Und irgendwie haben alle wahrscheinlich einen Meerblick. Aber eigentlich, ne? Schön, wenn du da direkt dran bist. Ja, schön. Direkt dran halt. Ja. Auch das Problem mit Moos wie meine Mutti. Wenn man es nämlich nicht so pflegen kann. Hast du keinen Rasen mehr, hast du irgendwann Moos. Hast du Moos, ja. Aber es sieht aus, als ob sie bald aufmachen. Ja. Weil da war es letztes Mal, wo wir da waren, gar nichts. Ja. Da war auch noch Baustelle und so weiter. Hier war nichts. Und jetzt ist schon alles aufgestohlen und draußen. Also die werden... Die werden bald aufmachen. Ja. In Kürze. Ja. Die werden in Kürze öffnen. Können wir davon ausgehen. Ja. Ja. Guck mal, wieder lieber Schlösser. Ja, hier war eine schöne Brise. Ja. Aber Wahnsinn, was hier immer Boote liegen. In der Bucht liegen immer Boote. Mhm. Ja. 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 Wir gehen noch bis da hinten hin. Ja. Ja. Da. Genau. Da war es jetzt wirklich noch alles. Ja, aber wie viele Plätze? Guck mal, da haben sie ja von beiden Seiten mehr. Na klar. Auf der Seite auch noch mal mehr Blick. Ja, das ist so gebaut, dass von beiden Seiten, von allen Zimmern aus mehr Blick hast. Und guck mal, die Dachterrasse dann da oben. Ja. Da haben sie bestimmt auch was laufen. Toll. Riesig. Riesig. Episch. Großes Hotel, aber schön. Optisch nett, ja. Mit so schönen Sandfarben, weiß, beige. Ja, und oben sieht man auf der Dachterrasse, hast du recht, irgendwas ist da oben. Ganz da oben siehst du. Ah, ja. Genau. Auf jeden Fall ist da ganz oben so ein Netz drüber, so ein Tuch. Ja, genau. Und dann ist da oben auch irgendwas, dass das dann da recht irgendwas macht. Ja gut, aber bei so einem Hotel musst du auch die Dachterrasse nutzen. Perfekt, so ein Ruftuch. Müssen wir uns eigentlich mal erkundigen. Riesig. Globales, ob es da oben eine Rufturbar gibt. Ah, das sieht man doch von der Autobahn immer. Guck mal, da gibt es ja mehr viel, viel hier von Globales. Da ist noch eins. Ja, stimmt. Das ist eine Riesen-Kette. Eine Palma-Nova-Kette. Genau, hier stelle ich mal, Moment, ich gucke mal kurz, ob ich hier Sandra draufkriege, dass wir uns von euch verabschieden können. Ich bin zwar klein, aber so klein auch nicht. Wo sehe ich jetzt Sandra? Moment. Das fängt schon an. Ah, da sehe ich sie. Und wenn ich mich jetzt daneben stelle, müsste man mich auch sehen. Ja. Ja. So, hallo ihr Lieben nochmal. Genau. Jetzt bin ich wieder im Bild. Ja. Ja, das waren kleine Eindrücke Ende März aus Palma-Nova. 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 Correcto. War ein schöner Walk, sag ich mal. Noch eine schöne frische Brise. Deshalb ein bisschen kühl ist der Mund noch. Jetzt ist noch ein bisschen eingefroren. Gehen wir jetzt was schönes essen. Ja, und was trinken natürlich. Genau. Ihr lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag, das Wochenende, den Morgen, den Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Gebt uns wie immer den schönen Daumen. Richtig. Genau. Freuen wir uns sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Euer und eure Sandra und Patrick vom Kanbome. Danke. Tschüss. Tschau. Danke.